Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Abend, war ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir wieder ein paar Partys in Kisten öffnen und dazu war ich schon fleißig hier mit dem Schamanen. Ich habe wieder 20 Stück zusammengesammelt und ja, mittlerweile fehlen mir ja nicht mehr sonderlich viele Items mit dem Schamanen. Mir fehlen hier nur noch ein einziges Ding und das heißt einmal Wellenspringerhandschuhe. Und ich hoffe, dass die jetzt hier mal drin sind, dass wir den Schamanen einmal abschließen können. Dazu würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Erstes Item, haben wir eine Waffe, ja gut, das war irgendwo absehbar. Waffen sind nämlich immer zuhauf in diesen Kisten. Dann haben wir ein Trinket, das brauchen wir nicht. Dann haben wir einen Ring, den brauchen wir auch nicht. Dann haben wir einen Umhang, na gut. Nochmal eine Waffe, ja ich sage ja auch, Waffen sind oft drin. Den Kopf haben wir drin. Schuhe, komm gib mir doch die Handschuhe. Hose, die brauchen wir auch nicht. Eine Waffe, jetzt haben wir schon drei. Nochmal den Kopf, den haben wir jetzt das zweite Mal drin. Nochmal einen Umhang, dann haben wir auch das zweite Mal. Ein drittes Mal. Dann ein viertes Mal die Waffe. Was ist denn das hier? Ein Schild? Ah gut, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ein fünftes Mal die Waffe. So, jetzt haben wir noch fünf Kisten, drückt mir die Daumen. Komm, das letzte Item ist halt immer das beschissenste, ne? Mit Abstand. Nochmal eine Waffe. Nochmal eine Waffe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Waffen haben wir jetzt. Einen Hals. Oh, die letzten zwei Kisten. Final Countdown, ich sage es euch. Eine achte Waffe. Komm, jetzt Handschuhe. Ach, come on, wieder 20 Kisten für nix. Es ist seltsam. Das letzte Teil, das will einfach nicht. Ja gut, das sollte anscheinend nicht sein. Sobald ich wieder genug zusammengefarmt habe, melde ich mich wieder. Und ja, dann werden wir gucken, ob wir dann endlich mal die Handschuhe rausziehen können und den Schamanen damit einmal quasi vollenden können. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr bei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.